Hallo, ich zeige dir hier normalerweise, wie du deine Singstimme verbessern kannst. Ich habe jetzt eine eigene Seite gestaltet, wo es speziell um die Sprechstimme geht. Wenn du also öfters moderierst, wenn du vor Menschen sprichst oder wenn du vielleicht einen Sprechberuf hast und es für dich sehr wichtig ist, dass deine Stimme gut funktioniert, dass du kräftig sprechen kannst, dass du klar sprechen kannst, dass deine Stimme belastbar ist, dann schau auf der Seite stimmoffensive.com vorbei und dort kriegst du viele Tipps, wie du genau das erreichst. Und es geht letztendlich auch um mehr, denn du sollst deine authentische, kräftige, gesunde Stimme finden, denn die hat jeder Mensch. Und dort zeige ich dir, wie du sie erreichen kannst, wie du sie finden kannst. Also, bis bald und schau mal vorbei, ich freue mich.